hallo mein lieben leute ja und herzlich willkommen da bin ich wieder nach längeren ja längere schlappen mittwoch oder das video bwk überzeugt leider wieder auch nicht geben ihr wisst ja bescheid es ist aber wie es ist aber es gibt gute nachrichten denn schrub funktioniert wasser funktioniert das geschirr spielt auch schon ein waschmaschine funktioniert auch also ist alles vorbein angeschlossen jetzt muss nur noch die restlichen verarbeitung gemacht werden hier ist alles soweit drin sieht es silikon ist auch schon dran da muss ich gleich schon eine schnur legen ja hier ist hier findet die tür ansonsten haben wir hier auch noch eine neue eine silberne sache reingemacht so gut aussieht und hier hinten sind auch das ist aber eine schien die lagern uns aber ein bisschen der welt schon mal mit den nägeln nachhelfen denn ihr seht dass sie gehen immer wieder ab ja muss halt noch sauber gemacht werden hier alles und dann läuft das auch so weiter also werden heute noch anfangen sauber zu machen alles soweit einzuräumen soweit es geht die vorhin noch die restlichen abzuziehen die sind jetzt soweit auch ab ein paar sind noch dran und dann sieht es gut aus dass wir dann endlich wieder sagen können ja videos machen morgen wird es wahrscheinlich noch nicht ganz klappen aber das erste montagsvideo also der monat ist jetzt rum ich werde zumindest auf dem handy euch die informationen geben wie das denn was ich diesen monat an gewicht verloren habe oder auch nicht das weiß ich selber nicht das werden wir dann morgen erfahren das mache ich dann hier per screenshot irgendwie das kriegen wir schon hin denn ist aber auch die sonne hier denke ich mal und dann werde ich auch wenn hier alles fertig ist euch endlich die küche vorstellen ich habe eigentlich noch eine idee soll eigentlich noch die restliche arbeitsplatte die hier hinten mit steht verarbeitet werden die sollte eigentlich hier mit hin aber die ist zu groß das heißt sie müssen dann irgendwie was uns vereinfachen lassen dass wir die zerschneiden zwei tische draus machen irgendwie mal gucken noch ist sie nicht weg ich werde das mal die küche soweit lassen und dann dass er funktioniert und alles und dann mal gucken was man mit der platter noch machen denn zum wegschmeißen sind so schade das werden wir dann spontan entscheiden wo wir den bauen wenn alles so weit steht ob es alles schick ist dass wir nicht sagen können ja da passt sehen dort passt ja nicht und dann läuft das auch das sind meine informationen für heute wir sehen uns dann wenn ihr mögt morgen wieder wie gesagt über handy und schweizinformationen rausgeben wie viel kilogramm ja nein vielleicht was passiert ist das werde ich alles morgen erzählen in den monat und dann sehen wir uns morgen wieder wie möglich da und spaß sich vielleicht leisten lassen aber da aktiviert die glocke teilt ihr wisst bescheid bis morgen halten bis denn auf wiedersehen